Grüße, liebe Zuschauer, Servus und herzlich willkommen. Wir gehen gleich ins Thema. Die Süddeutsche Zeitung ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich hier ein Projekt, wie kriege ich eine Zeitung so schnell wie möglich wirklich in den Orkus der Geschichte, in den Abfluss, in die Kloake. Ich meine, wobei, das sind sie ja schon lange, nachdem diesen ganzen AfD-Bashing, dann Aiwanger, Freie Wähler, dann aber auch Korrektiv Potsdam, da haben sie auch schön mit draufgeschlagen, was sich mittlerweile als komplette Luftnummer und absolute, ja, gar nichts mehr irgendwie erweist. Und dafür schicken sie eineinhalb Millionen vollkommen verstrahlte Menschen auf die Straße, die dann irgendwie diffus gegen rechts demonstrieren auf dem Artikel, wo praktisch nur Unwahrheiten stehen oder zumindest Halbwahrheiten und nichts Substantielles. Und bei Korrektiv wird er zurückgerudert ohne Ende. Das ficht die aber nicht an, diese verkommene Journalie, muss ich wirklich sagen. Und dann geht es weiter mit ihrer stellvertretenden Chefredakteurin, von der man übrigens auch nichts, aber also gar nichts mehr hört. Der Föderl Schmidt hat sich ja irgendwie unter einer Brücke verkrochen und ist dort aufgefunden worden, nachdem sie da schön Suchmannschaften auf dem Inn in der Nähe von Braunau, das heißt nicht nur in der Nähe, sondern akkurat in Braunau stand ihr Auto, das muss man sich auch nochmal irgendwie, also, und, ja, lässt die Leute da suchen. Das ist auch gefährlich, so eine Suchaktion in der Nacht vor allem mit Wasser und Kälte, und, äh, um dann aufgefunden zu werden, unterkühlt unter einer Brücke. Okay, äh, von seitdem hört man nichts mehr. Äh, es fühlt sich langsam so an, als ob da so eine Opfergeschichte, äh, hier gestrickt werden sollte, damit man dann irgendwie so einen Abwehrwall baut, ja, die könnte jetzt nicht mehr angreifen, die ist, äh, was weiß ich, selbstmordgefährdet oder irgendwas, ja, für ihre Plagiate, sowohl in der journalistischen Tätigkeit, nachgewiesen seit mehreren Jahren schon in Artikeln, abgeschrieben von anderen Schmierblättern wie Stern oder Spiegel, ja, da muss man auch jetzt mal drauf kommen, ja. Und, äh, ihre Doktorarbeit aus den 90er Jahren inzwischen auch, also, höchste Zweifel angebracht sind, da wird auch von eindeutigen Plagiaten gesprochen, und sie tritt sozusagen die Flucht nach vorne an, macht, äh, hier, äh, medienwirksam, äh, ja, diese Nummer. Das muss ich wirklich vermuten, ich sage nicht, dass es so ist, aber, äh, man sollte ja auch immer alle Möglichkeiten abwägen und vielleicht nicht die erste, die uns präsentiert wird, als wahr, äh, wahrnehmen, ja. Und jetzt geht die Süddeutsche weiter, und, äh, wenn man sich überlegt, wir haben Platz, leave no one behind, äh, vor drei Jahren noch, vulnerable Gruppen, wir müssen unsere Alten schützen, du, ähm, du könntest schuld sein, ja, äh, zu Kindern gesagt, du könntest schuld sein, wenn deine Oma und dein Opa sterben, oder schwer krank werden, oder willst du deine, deine, deine Oma ermorden, ja, oder willst du für den Tod deiner Oma verantwortlich sein, das hat sogar ein, äh, Ministerpräsident Söder, ja, da muss man sich mal überlegen, äh, auf welchen geistigen und menschlichen Ebenen der unterwegs ist, äh, äh, eine, neun- oder zehnjährige gefragt, ja, wirst du deine Mutter oder deine Oma umbringen, ja, und das ist wirklich jenseits von allem, wo ich sage, ja, okay, äh, ja, mein Gott, äh, schlimm, aber geht noch, nein, geht nicht mehr, ja, geht alles nicht mehr, ja, und das nächste Ding ist, da hat mir der, ähm, hier, Svener GSH einen tollen Tweet gebracht, der mir, äh, auch mit dem Vorschlag, ein Post für deine Sendung, und den nehme ich sehr gern auf, äh, diesen Vorschlag, und da gehen wir mal in die, oh, da muss ich noch, äh, da muss ich noch, äh, das aktivieren, da gehen wir mal in die Vollansicht, ja, äh, gerade den abscheulichen Tweet von der SZ gesehen, Opa, Oma soll umziehen, die Kommentare sind zum Glück eindeutig und mehr brauche ich zum Tweet nicht zu schreiben, das Problem ist hier aber wieder das Framing und die Wiederholung dieses Themas, ist nichts Neues, aber sie ballern es immer wieder rein, damit man sich gewöhnt und irgendwann das dann als Normalzustand irgendwie wahrgenommen wird, äh, ein Post für deine Sendung, ähm, Süddeutsche Zeitung, Gerechtigkeit, Oma soll umziehen, ältere Menschen leben oft allein in vier Zimmern oder gar in Einfamilienhäusern, allein der Ton, ja, gar, wie unverschämt, ja, also Wahnsinn, das verknappt den Markt für junge Familien und ist schlecht für die Umwelt, höchste Zeit für ein paar Vorschläge, natürlich mit Klima, glauben sie noch irgendwie punkten zu können, das lockt jetzt wirklich niemanden mehr, äh, vom Ofen hervor, äh, also, äh, das ist ja auch wirklich so eine Geschichte, die haben auch gar kein Gefühl, die machen einfach weiter, ja, Klima hat sich auch erledigt, Thunberg macht jetzt einen auf Palästina, Neubauer macht einen gegen rechts, äh, äh, oder auch mal gern antisemitisch irgendwo angehaucht, äh, ähm, Extellien, Extinction, Rebellien, pff, gibt's nicht mehr, Klimakleber auch nicht mehr, das hat sich alles irgendwie erledigt, so gefühlt schon langsam, aber bei der Süddeutschen, äh, ist es natürlich, weil sie nichts anderes haben, immer noch, äh, das Hauptargument, äh, oder eins der Hauptargumente, im ersten Moment mag das hart klingen, ja, also, da hat jemand noch irgendwo eine menschliche Erregung, aber die wird ganz schnell weggedrückt, es gibt aber viele gute Gründe dafür, dass ältere Menschen über einen Umzug nachdenken sollten, so ganz gefühlig, junge Familien würden so wieder bezahlbaren Wohnraum finden, Kinder könnten sich besser entwickeln, auch für die Senioren gäbe es Vorteile, sie müssten sich im hohen Alter nicht mehr um hunderte Quadratmeter kümmern, sogar das Klima könnte profitieren, denn einer YouGov, super, Umfrage zur Folge, lebt ein Großteil der Hauseigentümer unter den Senioren in einem Gebäude, das mehr als 40 Jahre alt ist und nur nicht einmal 10% haben vor, ihr Haus sanieren zu lassen, ändern sich die Eigentümer, ändert sich die Bereitschaft, das könnte alles so einfach sein, das muss man sich wirklich überlegen, ja, jetzt geht's wirklich, es ist wirklich hammerhart und ich will euch hier mal zeigen, dass das wirklich nichts Neues ist, ja, das wird schon seit Jahren den Leuten so, äh, ja, mehr oder weniger behutsam ins Kleinhirn gehämmert, ja, immer wieder wird über solche Maßnahmen nachgedacht, selbstverständlich wäre im Sinne der Gerechtigkeit, die SZ bringt sogar noch das Klima ins Spiel, absurder wird es kaum. Äh, das, Moritz Neumeyer, das ist ein komplett unlustiger und für mich auch vollkommen enthärmter Mensch, der irgendwie von unseren Gebühren lebt, dreisat und, äh, dafür, dass wir hier abdrücken dürfen gegen, ähm, Drohung, äh, wenn wir es nicht tun werden und wird uns mit Gefängnis gedroht, das muss man sich mal echt überlegen, also freiheitlich ist irgendwie anders, ähm, du musst ja nicht Menschen abschieben, sondern Deutsche über 70 einfach töten. Äh, das hat der so gesagt in einer Satiresendung und das Klatschvieh klatscht dazu auch noch, äh, da sind manche wahrscheinlich schon auch, äh, so wie in meinem Alter, so Ende 50, Anfang 60, äh, äh, da soll ich sich mal überlegen, äh, das würde bedeuten, in 10 oder 8 Jahren ist es für mich vorbei, ja, äh, poh, selbstverständlich hat sich Dreisat nicht von solch einer ekelhaften Aussage distanziert, ist ja nur Satire, ja, aha, was haben wir hier lacht, ne, aber zurück zum Hauptthema, hier, Spiegel am 3.5. letztes Jahr, höhere Mieten für ältere Wissenschaftler machen drastischen Vorschlag zur Wohnungsnot, für Familien ist Wohnraum in Städten knapp und teuer, Ältere leben oft allein auf vielen Quadratmetern, die, äh, Linke brachte deshalb einen Wohnungstausch ins Spiel, Regensburger Wissenschaftler haben eine krassere Idee, wahrscheinlich auch so ähnlich wie, äh, die hier, oder was, äh, darf man sich das vorstellen? Dann haben wir hier die Welt, also auch, äh, ja, äh, sind Svenergy, SH, äh, äh, sagen wir nicht böse, aber konservatives, äh, Medium Welt, äh, also das, äh, äh, war vielleicht irgendwann mal so, aber, äh, könnt ihr komplett vergessen, auch ein linkes Medium, wie alle, äh, großen Privatmedien und Konzernmedien und Öffentlich-Rechtliche, wie die große Umverteilung des Wohnraums funktionieren soll, äh, Mieterschutzinstrumente sollen wegfallen, damit ältere Menschen nicht mehr in großen Wohnungen bleiben, die Familien dringend brauchen, Familien ist übrigens gleich sowas wie ein Mann oder Jugendliche oder Partyszene, ja, Familien damit, da könnt ihr euch sicher sein, sind nicht die deutschen, äh, äh, Familien gemeint, die eine Wohnung suchen oder eine größere Wohnung oder irgendwie mehr, mehr Platz sich wünschen, das ist, äh, von diesen, äh, verkommenen Journalisten nicht zu erwarten, dass sie an diese Familien denken, wenn sie sowas schreiben, sondern an ganz andere Familien. Experten, Rentner im Visier, Experten äußern radikalen Vorschlag gegen Wohnungsnot, wie wär's denn mal, statt die Alten aus ihren, ähm, ja, eigenen Häusern zu vertreiben, vielleicht mal irgendwie, äh, darüber nachzudenken, nicht so viele Leute hereinzulassen und daneben bei vielleicht auch noch irgendwann mal ein paar Wohnungen zu bauen. Äh, Senioren blockieren große Wohnungen, so wollen Städte und Firmen das ändern, also so groß ist es hier auch nicht, das Zimmer, was der alte Herr da hat, ja, allein, äh, das ist ja schon mal, was soll denn das für ein Foto sein? Äh, das ist übrigens die nette junge Dame, die solche Forderungen raushaut, Senioren blockieren große Wohnungen, ja, äh, Katharina Grimm. Senioren leben in großen Wohnungen, die jungen Familien verzweifelt suchen, ja, und hier der nette junge Typ, der solche Sprache verwendet, Problem mit, hat, äh, Deutschland hat ein Problem mit der Wohnraumverteilung, ältere Menschen blockieren große Wohnungen, als ob, äh, sie irgendwie da, äh, illegal wohnen würden, so hausbesetzermäßig oder was, ja, blockieren, der erklärt gleich den Wohnraum der Menschen, ihre eigenen Heime oder ihre Eigentumswohnungen irgendwie zu, äh, ja, es wird jetzt umgewandelt in öffentliches, öffentliches Eigentum, da können wir jetzt alle drüber verfügen, ja, es ist wirklich hammerhart, es ist einfach hammerhart, aber es sind ja nicht nur die Wohnungen, auf die da, die die Rentner verzichten sollen, Jugendpolitiker fordert, die Rentner müssen auf Geld verzichten, ja, vielleicht, äh, sind es dann doch zu wenige, die Flaschen sammeln müssen oder einfach am Ende des Monats schauen müssen, dass sie noch irgendwie ein paar Nudeln mit Tomatensurl zusammenkriegen, das ist er hier, ähm, Jörg Temmel, Politikwissenschaftler und Philosoph, also geht das Ganze philosophisch an, Rentner müssen auf Geld verzichten, ganz einfach, dann haben wir hier, wenn Rentner umziehen würde, dass die Wohnungsnot lindern, Thorsten Gier, Chefredakteur Markt und Mittelstand, mhm, super, Fokus, und für wen die Rentner Platz machen sollen, na, für wen wohl, äh, Berliner Kirchenstift wirft 110 Senioren raus und bringt dafür Geflüchtete unter, alles schon passiert, und noch so ein Artikel, wo es darum geht, den Alten ihr wohlverdientes Geld abzuknöpfen, wirtschaftsweise fordert, hohe Renten kürzen, Beiträge anheben, wir sind ja schon, äh, ist ja nicht so, dass, äh, wir das letzte Land, äh, in Europa sind oder vielleicht sogar weltweit, ähm, was die Rentenzahlung und den Rentenbeitrag, äh, angeht, nämlich, äh, absolut, äh, niedrigste Rente, absolut, äh, mit am höchsten des Renteneintrittsalter, also in Italien geht, glaube ich, eine Frau mit 58 in Rente oder mit 59 in Frankreich und mit 60, 62, also auf jeden Fall deutlich unter unserem Renteneintrittsalter, ja, bekommen die ihre Rente oder haben, äh, Anspruch auf ihre Rente, äh, wir werden hier verarscht von, 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 wirklich von Hacke bis Hacke, es ist wirklich, und, äh, ich kann nur sagen, ich kann mich nur wundern über die Zinsschnur der Deutschen, ja, also so langsam sollte mal da auch irgendwie mal, äh, irgendwas zünden, äh, und warum das Ganze? Vielleicht deshalb Rentensystem vor dem Zusammenbruch, ja, aber Gewerbein Dulger hat vor einem Zusammenbruch des Rentensystems gewarnt, und warum wird das zusammenbrechen, äh, warum ist das passiert? Bitteschön, Staat vergreift sich an der Rentenkasse, um, äh, irgendwelche feministischen, äh, äh, weiß ich nicht, äh, gegen toxische Männlichkeit Projekte in Südafrika zu finanzieren, umso verwundlicher der Kampf der Alten gegen rechts, klar gehen da nicht alle Alten auf die Straße, aber dennoch, man fragt sich, wo da die Altersweisheit geblieben ist, ganz genau, ja, äh, sie feiern ihre eigenen Schlechter, wenn man so will, äh, und noch eins zu dem Komiker Moritz Neumeyer, nur damit man mal sieht, wohin die Reise geht, wir nehmen den Reichen ihr Vermögen, und wenn sie uns, es uns nicht geben wollen, dann hängen wir die an Laternen auf, ne, 23.05.23, Moritz Neumeyer bei die Anstalt, äh, was fällt, was fällt mir da ein? Da fällt mir direkt, äh, der Illmeier ein, ja, der hat da auch von Laternen und Fensterkreuzen gesprochen, äh, nur gut, dass wir 115 Millionen alleinstehende Alter haben, die in großen Altbauwohnungen oder Villen leben und bald sozialverträglich dahinscheiden, denn nur so gibt es Platz für die 560 Millionen Passverlorenen, die bereits auf dem Weg zu uns sind. Ein bisschen überspitzt, das versteht der ÖER unter sozialverträgliches Dahinscheiden. Es ist ein Wahnsinn. Und Oliver Goris hat es hier ganz gut auch dargestellt, was dann wirklich die Wahrheit ist, wenn man so will, zumindest eine Twitter-Wahrheit. Weil die Reichweite der Süddeutschen, die tendiert wirklich im Verhältnis zu ihrer Folgerzahl wirklich gegen Null. Es setzt Wirtschaft. Ältere Menschen leben oft alleine auf vier Zimmern oder gar in Einfamilienhäusern. Höchste Zeit für ein paar Umzüge. Da hat die doch tatsächlich hier 43 Likes bekommen bei 210.000 Ansichten. 43 Likes. Da kannst du ja gar nicht mal ausreden, wie viele Prozente sind. 0,000 irgendwas. Und wenn Opa in einem Schloss wohnt, weil er es sich leisten kann, geht euch Kommunisten das einen feuchten Kehricht an. Das ist Privatsache. Hat nur 7,7.000 Ansichten. 1,3 K. 1300 Likes. Und Oliver Goris ist kein kleiner Account, aber gegenüber der Süddeutschen nominell mit 1,8 Millionen. Wobei SZ-Wirtschaft hat knapp 100.000 oder 90.000, aber immer noch mehr als der Goris. Und vor allem 210.000 Ansichten. 1,1.000 Antworten. Und die sind nicht freundlich. Die sind alle nicht freundlich. Jimmy, du bist echter Hammer. Als ob er drauf warten würde, wenn ich mit dem Video anfange. Schon geil. Ja. Und da komme ich noch dazu hier. Ja. Wir haben hier SZ-Wirtschaft. Hier haben wir diesen Tweet original. Jetzt hat er mittlerweile 147 Likes. Hier hatte er 43.000, hat aber auch 693.000 Mal angezeigt. Hier waren es noch 210.000. Hier sind 693.000 und hat 147 Likes. Das ist absolut desaströs. Ja. Das ist desaströs. Okay. Dann haben wir hier. Ich weigere mich mittlerweile wirklich komplett. Auch nicht mal über Archiv.org. Ja. Ich habe gar keinen Bock mehr, bei Spiegel, Stern und Konsorten und vor allem bei der Süddeutschen überhaupt noch aufzuschlagen. Wirklich. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ja. Mache ich nicht mehr. Schaue ich mir nicht mehr an. Den gönne ich nicht mal einen Besuch von einem Bezahlschrankenartikel. Und deswegen gehen wir hier rein auf Tichy. Höchste Zeit für ein paar Vorschläge. Höchste Zeit für ein paar Umzüge war sie ursprünglich. Also da geht es jetzt erstmal um den Wohnungsbau, dass das eben gar nicht hinhaut. 400.000 Wohnungen, neue Wohnungen jährlich. Und seitdem hat sich die Lage auf dem Wohnungs- und Häusermarkt trotz Wärmepumpendesaster immer noch weiter verschärft. In dem süddeutschen Zeitführungsartikel kommt davon gar nichts. Ja. Null. Auch für das neue Jahr gehen Ökonomen und die Baubranche davon aus, dass sich die Talfahrt im Wohnungsbau fortsetzt. Lediglich 225.000 Wohnungen entspräche einem Rückgang von 45.000 Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr, was schon schwach war. In Berlin wird der als desolat zu bezeichnende Situation mitunter damit begegnet, dass Singles bei der Anbietung einer landeseigenen Wohnung nur noch kleine Wohnungen bekommen. Ja. Also bei landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Und hier steht es, anstatt aber die Bundesregierung für ihre in mehrfacher Hinsicht absolut verfehlte Politik zu kritisieren, wählt die Süddeutsche Zeitung doch lieber wieder in den Gang an den Bürger. Wir sind's. Mit einem Plädoyer, Ältere aus ihren für sie allein zu groß befundenen Wohnungen und Häusern zu bringen, um Platz für junge Familien zu machen. Wobei junge Familien in diesem Zusammenhang für den Erproben zwischen den Zeilen Leser ebenso ein Synonym geworden ist wie ein Mann. Und dann zitiere ich mal eine Formulierung aus dem Artikel. Das ist aus der gesamtgesellschaftlichen Sicht eine Katastrophe und wirft auch ethisch-moralische Fragen auf. Darf eine, Achtung, ethisch-moralisch, ja, ethisch-moralisch, äh, sie schreiben es wirklich. Darf eine Bevölkerungsgruppe so leben, wie sie will, auch wenn sie damit einer anderen schadet? Und was darf der Staat tun, um dieses Ungleichsverhältnis zu ändern? Da kann ich auch sagen, du atmest meine Luft weg, ja, du trinkst mein Wasser weg, du nimmst generell Platz weg, allein, dass du hier stehst auf der Straße auf dem Gehsteig, ja, wie weit kann ich, wie weit soll das gehen? Das heißt, so leben, wie sie will, ja, das ist doch wirklich Sozialismus pur, das ist einfach nur noch krank, ja, das hat mit gar nichts mehr was zu tun. Und was darf der Staat tun, um dieses Ungleichsverhältnis, nein, es ist kein Ungleichsverhältnis, die haben einfach mehr gearbeitet und haben einfach besser gewirtschaftet und konnten sich ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung leisten, ja, zu ändern oder eine große Wohnung auch im Alter zu mieten. In einer sozialen Marktwirtschaft muss gelten, dass die eigene Freiheit dahin besteht, dass man alles tun kann, solange es keinem anderen schadet. Da kann ich auch sagen, ich, da schade ich mit allem, was, mit meiner, einfach mit meiner bloßen schieren Existenz, ja, das ist doch irre, einfach nur mit so Argumenten zu kommen. Nur wer sich nun diese Wohnungssituation anschaut, der merkt, da schadet eine Bevölkerungsgruppe der anderen ganz massiv. Wirklich entblößen die tiefroten sozialistischen Gedanken Welt der SZ-Autoren. Jahr lang bis heute, wir haben Platzpropagierer. Altersrassismus wäre das nämlich, das ist die Sprache der Süddeutschen Zeitung, Zwangsumsiedlung, Heimatvertreibung, Seelenraub, Sozialattacke, Gesundheitsschädigung, Wohnungsausweisung, Wohnungseinweisung, Umweltschutz, Umzüge, ja, und da kommen sie mit Deportationen, was angeblich in Potsdam gesagt wurde, das ist eigentlich eine klassische Deportation, gegen deinen Willen wirst du woanders hingebracht und sollst dort leben. Das ist eine klassische Deportation. Hier gibt es verschiedene Kommentare, wieder gewohnt, stabil, antifreiheitlich, ganz knapp vor, stirbt doch einfach, Oma soll umziehen. Und Nils Mischmeier von der SZ fordert eine Art Alleinwohnsteuer. Wenn ältere Leute sich weigern, ihr Eigentum an Familien abzugeben, SZ, Sozialistische Zeitung. Und dann gehen wir mal hier hin, das war der Kolja, aber hier will ich das mal kurz zeigen, das ist der sympathische junge Mann. Nils Mischmeier schreibt seit 2017 für die SZ, wirklich ein, wirklich, wirklich, also, ich muss mich zurückhalten, aber diese Visage, also ganz ehrlich, das mache ich lieber wieder kleiner, ja, das ist irgendwie schwer erträglich. Und hier haben wir den offiziellen Twitter-Account von Süddeutscher Zeitung der Allgemeine und da haben sie 1,8 Millionen Follower, ja. Und jetzt haben sie hier vor 33 Minuten, wir haben jetzt Samstag 15.02, haben sie nochmal diesen Artikel auf SZ, auf das Hauptkonto, das, ursprünglich war es nur auf dem hier, auf SZ Wirtschaft, das hat 90.000 Follower, trotzdem auch bei 90.000 Followern und 693.000 Anzeigen. 147 Likes ist desaströser. Würde ich wirklich das Ding runternehmen oder würde ganz von Twitter runtergehen, was einfach nur noch peinlich ist, ja. Es ist nur noch peinlich, da würde ich echt, da könnten sie sagen, nee, wir wollen auf dieser rechten Plattform nicht mehr sein und könnten da noch elegant runtergehen, aber das ist dann die Eitelkeit, die da im Weg steht. Ich will nur noch mal ganz kurz zeigen, wie lächerlich eigentlich dieser Twitter-Account ist, ganz ehrlich, ja, von der Süddeutschen Zeitung. Wir gehen mal weiter runter in ältere Tweets, ja, weil das vielleicht dann auch mehr Aussagekraft hat. Also sie, die twittern ja wie blöd, ja, die Praktikanten da haben genug zu tun, die, bevor sie ihre Windeln wechseln, da haben wir hier zum Beispiel Flaschen verstecken vor der Sucht, da geht es um einen Film und eine Alkoholikerin. Das Ding hat drei Likes, 5000 Ansichten. Dann haben wir hier Grundwasserschutz, Vorhang, Bereigentumsrechten hat 67 Likes. Wir reden über einen Account mit 1,8 Millionen Followern. Deutsche Alltag, mein lieber Spahn, was das sein soll, weiß ich nicht, vier Likes, 5000 Ansichten. Hier haben wir 5199 vier Likes, ja. Also ich habe bei jedem Post und ich bin ein kleiner Account, ein winziger Account gegenüber der Süddeutschen Zeitung, wenn man jetzt nach den Zahlen, nach den nominellen geht. Bei mir sind es knapp 33.000 und die haben irgendwie 1,8 Millionen. Ich habe fast bei jedem Post ein bisschen mehr Likes als die, ja. Aber ich habe einen Bruchteil von ihren Followern. Was ist hier los? 4000 Ansichten ist auch ein Witz eigentlich. Ein Like. Dann hier Bolsonaro, okay, das sind jetzt auch keine Kracherartikel. Krank zur Arbeit, 10 Likes. Das ist jetzt nicht neu, das ist vom 23. Februar, das ist gestern gewesen, ja. Normalerweise müsste sowas dann schon auch irgendwann auch gesehen werden und geliked werden. Selbst hier, Sport, nix, ja. Null Likes, ja. Cannabis, auch gerade ein richtiges Thema, 33. Februar, ein richtiges geht gerade richtig rum. 7500 Ansichten, 7 Likes. Es ist wirklich, es ist wirklich die Süddeutsche Zeitung mit 1,8 Millionen Followern, nur damit ihr es nochmal seht, ja. Und wenn man sich diesen Artikel hier anschaut, den haben sie jetzt nochmal auf dem Hauptaccount, da kommen jetzt schon neue. Schämt euch, wir haben Platz haben, was etwas wenig ist. Ihre, in ihren Tweets vergessen, ihre Anschrift, richtig. Die Autoren dieses dünnischen, menschenverachtenden Machwerks leben mit Sicherheit in einer top sanierten 160 Quadratmeter Altbauwohnung in Schwabing oder in Heidhausen oder im Lehel oder in Lymphenburg, hier Rotkreuzplatz auch gerne oder Heidhausen, wie gesagt, oder auch gerne draußen in Pullach oder sonst irgendwo in den Vororten. Da sind die hochgespickten, vollgespickten SZ-Redakteure, ja. Oma ins Heim, oh Welt, es fehlen ja hunderttausende Heimplätze und kleine Wohnungen gibt es auch nicht, aber unter den Brücken findet sich vielleicht noch was. Auch ein guter Hinweis, ja. Wir haben Platz, naja, bei ihr wird es dann schwierig und kann der Opa nicht in ein Zimmer im Flüchtlingsheim umziehen, dann könnte schon wieder eine geflüchtete und Familie menschenwürdig untergebracht werden. Netto hat der Opa doch schon so viele schöne Jahre im Haus gehabt und andere nicht. So könnte man für Gerechtigkeit sorgen. Ich könnte es noch weiter vorlesen, machen wir mal an der Stelle einen Halt. Da haben Menschen gespart, gearbeitet, Leistung gebracht, Entbehrungen auf sich genommen, auf Urlaube verzichtet, auf andere Annehmlichkeiten verzichtet, weil sie unbedingt ihr Eigenheim haben wollten, was vollkommen legitim ist. Ich werte das überhaupt nicht, finde es vollkommen legitim, ja. Oder ihre Eigentumswohnung oder auch ihre teure Mietwohnung, ja, auch im Alter, wollen sie sie behalten, da haben sie gelebt, da haben sie ihre Kinder großgezogen. Ich wohne selber in der Wohnung, in der ich seit 25 Jahren wohne, ja. Und ich mit der Familie damals hier gelebt habe und meine Kinder hier großgezogen habe. Und dann kommt da irgendein SZ-Schreiberling daher und erzählt dann den Alten, also jetzt müsst ihr raus aus eurem eigenen gebauten Haus, was ihr bezahlt habt, was ihr errichtet habt, was ihr unter Entbehrungen praktisch geschaffen habt, damit irgendwelcher Montumbu und, weiß ich nicht, unter Ali vorbeischauen kann oder wie, ja, nicht nur vorbeischauen, sondern direkt einziehen. Es ist wirklich, es ist wirklich so unglaublich, vor allem auch dieses Altenbashing ging ja damals schon mit der Umweltsau, meine Oma ist eine Umweltsau los, dann gab es mal eine kleine Entspannung, weil dann wurden plötzlich die Alten entdeckt, ja, das wäre doch ein gutes Argument, wir müssen die Alten schützen, hat es ja am Anfang des Videos erwähnt. Und jetzt geht es weiter, jetzt werden die Alten nicht mehr gebraucht als, wie soll ich sagen, ja, irgendwie Argument, um uns irgendwie irre Sachen in den Körper spritzen zu lassen, ja. Und jetzt geht es richtig weiter, wie gesagt, nicht nur die Süddeutsche, das scheint richtig Programm zu sein, wahrscheinlich auch irgendwo gleichgeschaltet, ja, nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher, ja. Das soll in die kleinen Hirne reingesickert werden, ja, warum brauchen die Alten eigentlich 150 Quadratmeter oder 100 Quadratmeter Wohnraum, was soll denn das? Und sie schaden anderen, das finde ich das perfideste überhaupt, ja. Dann kannst du auch sagen, du atmest meine Luft weg, du schadest mir. Oder du nimmst mir Platz weg, hier, ich brauche mehr Platz, weil ich habe drei Kinder und geh mal weg von dem Gehsteig. Das ist, das ist absolut Wahnsinn. Und in diesem Sinne, wenn man einen Kater hier rumkrakelt, wie als gäbe es keinen Morgen, oh mein Gott, das ist ein Video, wo es mir echt den Helm verbiegt, der macht so einen Lärm, der ist 15, der Kater, tatsächlich in dieser 15 Jahre, aber immer noch sehr, sehr fit, wenn es darum geht, seinen Willen durchzukriegen, haben wir hart. Und ja, nochmal ganz kurz, also das ist sowas von menschenverachtend, aber man sieht, die gute Nachricht ist, sie werden überhaupt nicht mehr wahrgenommen, ja. Es ist wirklich, es ist wirklich eine Gespensterdiskussion, fast schon, weil sie werden nicht mehr gelesen und sie werden nicht, die Auflage geht seit vielen, vielen Jahren ohne große Aussetzer nach oben oder wieder mal irgendwie einen Sprung nach oben in der Kurve fast linear runter, ja. Und zwar desaströs, die haben keine Reichweite mehr, werden nur noch von staatlicher Stelle und von irgendwelchen Geldstiftungen oder sonst irgendwas gepimpert. Keine Ahnung, ob das jetzt bei der Süddeutschen auch so ist, aber sicher ist, dass sie auch irgendwelche Gelder erhalten, weil das lässt sich auch anzeigen und so weiter. Der ganze Wohnungsanzeigenmarkt ist ja schon lange weg, ist ins Internet verlagert, genauso wie der Automarkt, Kleinanzeigen, das war ja auch ein Geschäft an sich, das ist auch weg. Und die großen Anzeigen von großen Firmen, die werden auch immer weniger, weil die sagen ja, oder billiger, weil sie haben, ihr habt ja keine Reichweite, ja. Da habe ich ja manchen YouTuber, der, jetzt nicht ich, ja, aber andere, da habe ich, erreiche ich viel mehr Leute mit meiner Werbung, was soll ich denn noch mit euch? Und so ergeht es ihnen und recht so, also wenn ich wirklich keine 50 Likes zusammenbekomme auf ein wirklich heißes Thema, was gerade wirklich im Trend ist, wie zum Beispiel Cannabis, dann würde ich mir als Betreiber der Social Media Abteilung der Süddeutschen aber wirklich größte Sorgen machen oder die sagen sich, ganz egal, wir sind auf der richtigen Seite der Geschichte und wir sind die Guten oder irgendwie so. Es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich und da müsste eigentlich ein Aufschrei durchs Land gehen und ich kenne wirklich Menschen aus meinem privaten Umfeld, über 80, die genau in München, genau in solchen Wohnungen und Häusern leben, ja. Mal schauen, das sind süddeutsche Zeitungsleser, ja. Mal schauen, wie die das finden und viele andere in München, die ich nicht kenne, aber die gibt es, mal schauen, wie die das finden, dass sie jetzt staatlicherseits, dass gefordert wird, dass sie staatlicherseits aus ihren Wohnungen Häusern gehen müssen, um wohin eigentlich, ja. Die Frage ist natürlich auch überhaupt nicht beantwortet. Es gibt aber noch Brücken, weil es gibt keine Heimplätze, es gibt keine kleinen Wohnungen, was eben auf dem ganzen Wohnungsmarkt super angespannt ist. Die sind alle verrückt geworden. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen, liebe Leute, ja. Wieder mal ein bisschen Kater-Video dazwischen. Abo, teilen, liken, kommentieren und wenn euch unsere Inhalte gefallen und der Kanal, ihr sagt, ja, den unterstütze ich auch gerne mal finanziell. Wo kann ich das machen? In der Beschreibung Bitcoin, Scribe, Kofi und deutsche Bankverbindung. Vielen Dank und Süddeutsche, wirklich, ihr seid wirklich das hinter aller, 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 aller Letzte. Ja, hier, schaut euch den an. Ihr könnt auch gut durchaus in einem Film von Quentin Tarantino mitspielen und ihr könnt euch denken, welche Rolle ich ihm da zugedenke. Ja, also wirklich ein Klassiker eigentlich, in diesem Sinne. Ne, das will ich nicht zum Schlussbild machen, das ist mir zu fies. Macht es gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Danke und Servus, Nahart. Oh Mann, das war jetzt zum Schluss wirklich nicht notwendig. Da bitte ich mal um Entschuldigung, ja, bei meinen, unseren, werten Zuschauern. Ja, das möge man mir verzeihen, ne, dieser kleine Fauxpas. Gott.